Magdeburg, der Magdeburger AfD-Politiker und Vizelandeschef von Sachsen-Anhalt, Ronny Kumpf, wehrte sich vor Gericht gegen seinen in Parteikreisen kursierenden Spitznamen Porno Ronny. Das Amtsgericht stellte das Verfahren jedoch ein Punkt vor mehr als drei Jahren tauchte ein Video auf, das Kumpf bei eindeutigen Aktivitäten mit einer Frau zeigen soll. Das Schmuddel-Filmchen liegt der Magdeburger Volksstimme vor.Von Jörg A., einem anderen AfD-Mitglied, soll Ronny Kumpf parteiintern verschmäht worden sein. Unter anderem in E-Mails soll A. Kumpf mehrmals als Porno Ronny bezeichnet haben, berichtet die MZ.Vor dem Amtsgericht Magdeburg versuchte Kumpf nun, den Schmältitel Porno Ronny unterbinden zu lassen. Am Montag kam es jedoch zu keinem Urteil. Stattdessen stellte Richterin Corinna Münzer das Verfahren gegen eine Zahlung von 1.500 Euro ein. Ein herber Rückschlag für Ronny Kumpf im Kampf gegen seinen ungeliebten Spitznamen. Ob die Schmuddel-Bezeichnung Porno Ronny nun eine Beleidigung ist oder nicht, bleibt somit ungeklärt. Punkt A. Es Rechtsanwalt hatte laut MZ-Vorgericht darauf hingewiesen, dass man einen Schweißer ja auch Schweißer nennen dürfe. Serbiges müsse auch für Pornodarsteller gelten. Gerne